Hallo YouTube! Meine Güte, ich bin aufgeregt. Wisst ihr warum? Ich habe gerade einen YouTube-Kanal gegründet. Und ich habe 10 Minuten gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wie man Thumbnails freischaltet. Ich bin ein YouTube-Neuling. Nicht wirklich. Hallo und herzlich willkommen auf meinem neuen YouTube-Kanal, ich und mein Kron. Dies hier ist das allererste Video auf diesem Kanal und ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Und dieser Kanal ist das Ergebnis einer langen Reise, die ich seit letztem Jahr habe. Und da möchte ich gerne euch dran teilhaben lassen. Ich habe lange überlegt, ob ich diesen Kanal gründen möchte, ob ich wirklich das Thema Morus Krohn in der Öffentlichkeit behandeln möchte. Schließlich ist es eine Krankheit. Und ja, ich bin normalerweise auf dieser Plattform als Lomtro unterwegs. Das heißt hier, das ist so schön bunt hier, ich habe hier so eine Tasse Lomtro.de. Wie? Einfach mal vorbeigucken. Dann nehme ich meine Zuschauer eigentlich mit auf meine Reisen oder durch Vlogs und durch Tutorials und so zum Thema analoge Fotografie in Stax, Sofortbild so in die Richtung oder Fotografie an sich. Und wer meinem Kanal folgt und da mal ein bisschen durchstöbert, der kriegt recht schnell mit, dass ich mich optisch ziemlich oft komplett verändert habe. Das liegt einfach, wer Morbus Krohn hat, kennt es, an dieser Krankheit. Und ich wusste acht Jahre lang nicht, dass ich sie habe. Und ja, mein normales Gewicht war immer so bei 65 und mal 70 im Studium 80. Das lag an der Cola. Und ja, ich hatte dann ganz oft Bauchkrämpfe, wie ich sie damals noch genannt habe. Und die wurden immer stärker und mein Gewicht wurde immer weniger. Und ich knackte dann irgendwann plötzlich die 60er Grenze, also 60 Kilo. Und die Krämpfe wurden immer mehr. Meine Ausfallzeiten bei der Arbeit wurden immer mehr. Und ich wusste nicht, warum. Ich habe Diagnosen bekommen, die überhaupt nicht stimmten, wie ich heute weiß. Habe Medikamente genommen, die überhaupt nichts gebracht haben. Ich hatte jedes Jahr einen Abszess. Ich wusste nicht, wo es herkam. Ärzte sind nicht stutzig geworden. Ich frage mich heute, warum die nicht stutzig geworden sind. Aber das Thema lassen wir. Und ja, was soll ich sagen? Irgendwann bekam ich dann die Diagnose. Da hatte ich dann aber schon ein Gewicht von 55 Kilo. Da machst du nichts mehr. Und ich weiß noch, dass ich damals vor meinem Arzt gesessen habe und gesagt habe, so, jetzt müssen wir was finden, weil sonst bin ich irgendwann tot. Und ich sollte sehr recht behalten damit. Denn ich bekam dann die Diagnose Morbus Crohn. Leider hatte ich nicht mehr so die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Was ist das und so? Und denn ich habe dann plötzlich einen Darmriss bekommen. Und bin im Krankenhaus aufgewacht. Hatte eine Bauchfellentzündung, eine Blutvergiftung. Alles Dinge, die man keinem wünscht. Und ich hatte einen künstlichen Darmausgang. Und der hat mich ganz schön auf Trab gehalten, muss ich sagen. Aber er hat mein Überleben gesichert. Und mittlerweile ist es so, der Darm ist wieder zurückverlegt worden. Und zwar im Februar. Heute haben wir Anfang Juli. Und mein neues Leben beginnt. Und das ist wirklich mega spannend, aufregend, beängstigend. Und ja, vor mir liegt eine lange Reise. Ich habe ganz, ganz viel. Ich musste sehr viel liegen und sehr viel zu Hause bleiben und so. Und habe diese Zeit wirklich genutzt, um mich weiterzubilden in dem Thema. Habe sehr viel gelesen. Mich sehr viel mit Ernährung beschäftigt. Ich bin dann zu dem Entschluss, oder bin kurz davor, den Entschluss zu treffen, tatsächlich auf vegan umzusteigen. Weil ich einfach für mich erkannt habe, dass das tatsächlich anscheinend die einzige vernünftige Ernährungsweise ist, die zu mir und meiner Situation passt. Und ja, das hört sich alles für mich erstmal sehr, sehr spannend an, weil alles neu ist. Ich muss mir einen neuen Job suchen. Ich habe gesagt, ich bin systemischer Coach. Ich habe über zehn Jahre lang mit Menschen gearbeitet in der Beratung. Und ja, ich habe auf meinem YouTube-Kanal immer wieder, ich bin da sehr offen mit umgegangen mit dem Thema. Und habe sehr viele Rückmeldungen bekommen von Menschen, die auch irgendwie krank sind. Und die teilweise sehr, sehr schlimme Sachen auch hatten. Und die mir immer wieder geschrieben haben, hey, du motivierst mich mit deiner Art. Das ist toll, wie du damit umgehst und wie du dich wieder nach vorne kämpfst. Und ja, es war ein Kampf. Es war eine lange Reise. Die fühlte sich noch länger an, als sie eigentlich war. Und ich habe aber gemerkt durch die Rückmeldung, ich gebe Menschen etwas damit. Und ich für mich habe auch erkannt, dass diese Krankheit meine Rettung war. Und ich für mich habe auch festgestellt, dass diese Erkrankung nicht nur negative Sachen hat. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, hä, ich finde meinen Kronen gar nicht positiv. Doch, es hat was Positives. Es hat ganz, ganz viele positive Seiten, dass man diesen Kronen hat. Und ich würde euch gerne mitnehmen auf meine Reise dahin, dass ich diesen Kronen als Freund gewinne und dass ich damit normal weiterleben kann. Ich möchte diese Challenge für mich gerne festhalten, indem ich Videos produziere auf diesem Kanal. Und ich hoffe, dass ich Menschen erreichen kann damit, sie ein bisschen inspirieren kann, ein bisschen was Positives rüber schicken kann. Denn ich weiß definitiv, was Schmerzen sind. Ich weiß, was diese Krankheit machen kann. Und ich würde gerne, ich habe so viele positive Leute um mich rum gehabt, die auf mich eingewirkt haben, die mir geholfen haben. Und ich möchte gerne etwas zurückgeben davon. Und das möchte ich gerne in Form dieses Kanals hier machen. Und ja, manchmal oder eigentlich immer weiß man erst dann, ob eine Entscheidung richtig war, wenn man es ausprobiert hat. Und deswegen probieren wir jetzt einfach diesen Kanal hier aus. Und ich möchte das Ganze, das ist mir sehr, sehr wichtig, ich möchte das Ganze hier nicht so von oben herab. Ich weiß ganz viel und möchte euch das jetzt mitteilen. So soll das gar nicht gemacht werden. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Heilpraktiker. Ich bin jemand, der Morbus Crohn hat und der jetzt irgendwie damit klarkommen muss. So wie viele andere auch. Und ich möchte euch mit auf diese Reise nehmen. Und das möchte ich ganz gerne und das ist mir sehr, sehr wichtig. Nicht nur positiv machen, sondern auch ein bisschen unterhaltend machen. Und ich hoffe, dass ich das mit meiner Art hinkriege. Ich werde da sehr viel, sehr nah an der Art sein, wie ich Lomtro mache. Und ja, werde aber mit einer anderen Kamera arbeiten, höchstwahrscheinlich. Ich arbeite jetzt hier gerade mit einer M50, einer Systemkamera, mit einem externen Mikrofon oben drauf. Die werde ich jetzt nicht immer mit mir rumschleppen können, um euch an irgendwelchen Essenssachen teilnehmen zu lassen oder irgendwie von außen zu filmen oder so. Das werde ich nicht tun. Ich habe aber eine andere Kamera und zwar die G7X. Mein treuer Begleiter eine ganze Zeit lang, viele Jahre lang. Ne, viele Jahre nicht. Aber ein paar, ich glaube zwei Jahre meines Kanals. Und die möchte ich gerne nutzen, um euch mitzunehmen durch meinen Alltag, neue Erkenntnisse rüberzubringen. Ich habe mir vorgestellt, dass ich erstmal nicht mit aufwendigen Produktionen anfange, sondern ich möchte gerne erstmal anfangen. Mit so einem Video hier und dann vielleicht so themenspezifische Videos. Ich werde erstmal so mit fünf Minuten anfangen, jeweils pro Video und werde einfach mal so ein paar Sachen raushauen, die mir weitergeholfen haben. So einfache Sachen wie, welche Bücher habe ich gelesen, wo habe ich mein Wissen her, wie habe ich mich organisiert und so. Solche Sachen würde ich ganz gerne erstmal rausbringen und ich würde gerne diesen Kanal hier. Am Anfang werde ich wahrscheinlich erstmal sehr alleine sein. Ich hoffe, dass ich ein paar Leute von Lomtro mit hier rüberziehen kann, die ein bisschen Interesse daran haben, was ich sonst noch mache. Seid herzlich gegrüßt an der Stelle. Und ich habe Lomtro immer so geführt, dass ich meine Community mit eingeladen habe, sich mit einzubringen und den Kanal mit zu gestalten. Und in meiner Traumvorstellung machen wir das auch mit diesem Kanal hier. Wie gesagt, ich möchte das nicht von oben herab machen, sondern ich möchte euch mit auf meine Reise nehmen. Und ich werde viel Quatsch machen wahrscheinlich. Ich werde viele Dinge ausprobieren, wo andere wahrscheinlich sagen, boah, muss das sein. Aber lasst mir dann eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren da. Und vielleicht kriegen wir es irgendwann hin, dass dieser Kanal so ein bisschen wächst und dass sich dann unten drunter auch so eine kleine Community bildet. Und ich wurde vorgewarnt, mir wurde gesagt, dass wenn man das Thema Ernährung auf YouTube anspricht, dass das manchmal sehr merkwürdige Menschen anzieht. Und ich gebe euch eine Chance, das zu widerlegen. Wir werden es sehen. Wir werden es einfach sehen. Ich glaube, ich habe mittlerweile genug YouTube-Erfahrung und muss mich jetzt nicht erst mit dieser Plattform hier anfreunden. Ich glaube, ich weiß, wie sie funktioniert. Und das möchte ich ganz gerne jetzt nutzen, um euch ein bisschen zu inspirieren. Deswegen lass gerne ein Abo da, wenn du das jetzt hier siehst. Und ja, ich freue mich drauf. Und ja, dieser Kanal wird für mich so eine Art Tagebuch sein, wo ich in zwei Jahren vielleicht nochmal drauf schaue und dann mir selber angucke, was ich alles hinter mir habe. Finde ich sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, ich lerne noch viele Leute hierüber kennen und kann mich ein bisschen vernetzen. Und ich wiederhole das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich bin ein wenig aufgeregt. Und ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Herzlichen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns hoffentlich recht bald wieder. Ja, ich würde mich freuen, wenn du mir eine Chance gibst. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.